Klimakatastrophe, die CO2-bedingte Klimakatastrophe, findet wirklich statt. Und zwar in den Mainstream-Medien und in der Politik und nicht in der realen Welt. Es gibt einen Grund, warum wir jetzt in dieser Zeit leben. Was hier abläuft, ist eine kriminelle Lobbyorganisation, was die WHO darstellt. Dann können wir nur erwarten, dass wir früher Gesundheitsnotstand haben werden, länger Gesundheitsnotstand haben werden und eben extremere Maßnahmen. Das ist klar, ein Krieg gegen die Menschheit, also gegen weite Teile der Menschheit, speziell Europa, USA, die westliche Zivilisation. Und die wird hier radikal vernichtet. Tatsächlich wird das Nächste vorbereitet und ich fasse es einfach zusammen, Bakterienterror. Und dieser Reset, der soll einfach so vonstatten gehen, dass die derzeit Herrschenden nachher auch noch wieder herrschen wollen. Dieses Jahr, dieses 2024, wird tatsächlich ein Schicksalsjahr. Wir haben die Chance, es zu verhindern durch Aufklärung. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Sonderaufnahme über den Dächern von München. Wir hatten heute am Tag dieser Aufzeichnung unser Neujahrstreffen, unseren Neujahrsempfang von Auf1. Und ich habe mich spontan dazu entschlossen, einzelne Persönlichkeiten, denn wir hatten über 80 Interviewpartner heute am Programm, heute hier als Gäste geladen. Und ich habe mir gedacht, einzelne Persönlichkeiten hier zu separieren, in diesem Rooftop, um über die aktuelle Lage zu sprechen. Denn dieses Jahr, dieses 2024, wird tatsächlich ein Schicksalsjahr, ein schicksalshaftes Jahr, bei dem, in dem die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir setzen uns hier in einer gesonderten Runde zusammen und sprechen über dieses Jahr, was wir erwarten, was wir erhoffen, was wir befürchten. Und diese Runde, dass das uns gelungen ist, darüber freue ich mich wirklich sehr. Und ich werde keine offizielle Vorstellung machen, sondern wir gehen gleich in die Sache hinein. Wir gehen gleich in die Fragestellung. Und Ladies first, wie es so schön heißt, neben mir sitzt die charmante und viel bekannte und viel gereiste Dr. Maria Hugner-Mock, die bekannt ist, vor allem in der Corona-Aufklärungsbewegung. Und ja, es freut mich sehr, dass wir diese Runde geschafft haben. Also Maria, was sind die Themen 2024 aus der Sicht der Corona-Aufklärungsbewegung? Ja, danke Stefan, an dich und das großartige Auf1-Team. Ein gutes neues Jahr uns allen. Und ja, es gibt ein Thema, das mich besonders beschäftigt in diesem kommenden Jahr und besonders viel Einsatz wird es dazu im nächsten Halbjahr geben. Und da schaue ich schon in Richtung des Schweizer Anwalts, meines lieben Freundes mittlerweile, Philipp Große. Wir arbeiten sehr lange schon sehr intensiv international daran, dass wir aufklären die Menschen über die zwei Vertragsentwürfe. Das ist den Leuten hier natürlich bekannt, den Leuten da draußen zum Teil auch. Es gibt zum einen den neuen Vertragspandemievertrag, der nennt sich Pandemic Treaty, WHO, CA Plus abgekürzt. Und dann gibt es Änderungen in den internationalen Gesundheitsvorschriften, International Health Regulations, IHR. Und dazu wird der Philipp Große sicher noch das wichtige juristische ergänzen. Was mir aber jetzt aus Sicht der Medizinerin wichtig ist, ist, dass hier ganz grob gefasst aus der WHO wieder in Zukunft noch viel verschärfter Auflagen kommen und kommen könnten im Falle eines des sogenannten internationalen Gesundheitsnotstandes Public Health Emergency of International Concern, abgekürzt PHEIC, also Fake. Das klingt auch lustig wie das Wort Fake. Und der Generaldirektor, Dr. Tetros, ist hier in der Situation und in der Funktion, bitte man muss sich auch ins Gedächtnis rufen, dass dieser Mann nicht von uns gewählt wurde in dieses Amt, dass er jederzeit einen solchen Fake ausrufen könnte. Und zwar da geht es nicht nur um Pathogene, um Krankheitserreger. Da geht es im Aspekt One Health um Mensch, Tier, aber auch Klima. Das heißt, wir reden hier auch von Tetros könnte dann, wenn das, und da wird der Philipp Große genau dazu berichten, könnte er auch wegen eines Klimanotstandes einen Klima-Lockdown ausrufen, jetzt als Beispiel genannt. Und was mich als Ärztin hier besonders, ja, auf, ich sage jetzt einmal, in die Aufklärungsschiene kommen lässt und wo ich wirklich alle Bürger aufrufe, ihre regionalen Politiker auch darauf anzusprechen, ist, dass die WHO Ärzten wieder vorschreibt, was zu tun ist. Ja, und wir hatten das schon in der Pandemie. Es wurde die Änderung von, was bedeutet Herdenimmunität, auf der Webpage der WHO veröffentlicht. Herdenimmunität war plötzlich etwas anderes. Im nächsten Aspekt heißt es, das Einzige, was hilft, ist eine neuartige Spritze, die sogenannten Speikstoffe, wie sie Professor Haditsch auch so benannt hat, und nicht Impfung. Das ist ein absolut nicht richtiger Begriff dafür. Und da muss man wirklich sagen, wir müssen als Mediziner uns in diese so wichtige und auch wirklich vertrauensvolle Patient-Arzt-Beziehung nicht von diesen nicht gewählten Entitäten reinpfuschen lassen. Wie gesagt, eine Gesundheit. Unter diesem Motto wird die WHO ja zur Tat schreiten und dort auch das Klima mit hineinnehmen. Vielleicht darf ich gleich weiterreichen an den Dr. Steiner. Wie sieht es aus, dass das Klima plötzlich zur Gesundheitsangelegenheit wird? Haben Sie das befürchtet, dass das vielleicht ein Thema werden könnte in diesem Jahr? 2021, das Klima wird ein Thema werden. Es ist folgende Situation. 2021 wurden eine Vielzahl von EU-Verordnungen und EU-Gesetzen eingetaktet. Und die Nationalstaaten haben jetzt die Pflicht, dies umzusetzen. Und was ist das Ziel? Bis 2030, 2030 ist bitte in sechs Jahren, bis 2030 Reduktion von CO2-Emissionen um 55 Prozent und bis 2050 Reduktion der CO2-Emissionen auf quasi auf netto Null Prozent. Das würde bedeuten, dass wir in der EU zukünftig nur mehr 10 Prozent der fossilen Stoffe verwenden dürfen, die wir jetzt verwenden. Und dies ist technisch real in der wirklichen Welt nicht möglich. Und das muss uns bewusst sein. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch ganz kurz ergänzen, Herr Magnet, die Klimakatastrophe, die CO2-bedingte Klimakatastrophe findet wirklich statt. Und zwar in den Mainstream-Medien und in der Politik. Und nicht in der realen Welt. Das ist natürlich eine Einschätzung, die vermutlich viele Bürger teilen werden. Dennoch wird sich die WHO nicht abbringen lassen von diesem Plan. Und vielleicht dann springe ich noch mal kurz zur WHO zurück und zu Philipp Kruse bitte, das Mikrofon weiterzugeben. Denn Sie können ja aus rechtlicher Sicht beurteilen, was das dann real bedeutet. Die Mainstream-Medien, die Systemmedien sagen ständig, das ist ja völlig überzogen, nur weil dort ein paar Gesetze geändert werden. Deswegen bekommen wir ja nicht die WHO-Allmacht. Wie ist das denn juristisch? Ist das alles so harmlos? Ja, also zuerst muss man vorausschicken, wie es Maria Huckmann-Mock korrekt gesagt hat, es sind ja zwei Vertragswerke, um die es geht. Einen vollständig neuen Pandemievertrag und dann die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Beides sind internationale Verträge. Und das bedeutet, dass für die Auslegung des Inhaltes die Wiener Konvention über das Recht internationaler Verträge anwendbar wird. Und die sagt ganz klar, dass für die Auslegung und Bestimmung des Inhaltes dieser Verträge nicht nur der Wortlaut maßgebend ist, sondern sämtliche Rahmenbedingungen, die zum Abschluss geführt haben. Was hat zum Abschluss dieser zwei Verträge geführt? Corona, das Corona-Management. Das bedeutet, dass wir für jede Art von Regelung sehr wohl heranziehen müssen, was wurde bisher auf der Basis bisheriger Regelungen entschieden und getan. Welchen Status hatten Empfehlungen denn bisher? Und da können wir ja schon absolut mit Sicherheit festhalten, dass es schon bisher so war, dass diese Empfehlungen de facto Befehlscharakter hatten oder dass die Mitgliedstaaten von sich aus es so aufgefasst haben. Denn mir ist kein Staat bekannt, der die Bedrohungslage auf einer anderen Basis gemessen hätte als auf PCR-Basis. Und kein Staat bekannt, der eine andere Lösung vorgeschlagen hätte als die mRNA-basierten Impfungen. Das ist einfach nur vorausgeschickt. Und jetzt, was wir sehen, so ganz, ganz grob zusammengefasst, ist eine unglaubliche Ausweitung des Ermessensspielraumes, sowohl in Bezug auf die Feststellung, wann haben wir eine Bedrohung und worauf stützen wir diese Bedrohungsauffassung. Es ist nicht mehr bloß, dass wir den PCR-Test nehmen müssen, um eine bestimmte Population als positiv nachzuweisen. Und wie richtig gesagt wurde, das kann nach irgendeiner Auffassung des gestiegenen CO2-Gehaltes oder Temperaturen, es kann willkürlich praktisch alles sein, was benutzt wird, um einen Gesundheitsnotstand global oder regional oder auch nur provisorisch ausrufen zu dürfen. Und auf der anderen Seite wird das Ermessen bis in reinste Willkür hinaus ausgedehnt für die WHO, damit sie einschränkende Vorgaben machen darf, die eben rechtsverbindlich werden sollen. Dieser Wechsel zur Rechtsverbindlichkeit ist ein eigentlicher Paradigmenwechsel, der in der WHO-Verfassung so gar nicht vorgesehen ist. Das heißt, und davon spreche ich jetzt ganz konkret, von den Anpassungen der Gesundheitsvorschriften, von denen es offiziell immer heißt, das sind ja nur rein technische Vorschriften, es geht nur um geringfügige Anpassungen. Liebe Bürger, macht euch hier keine Gedanken. Ja, meine Güte, wenn man das nachliest, Definitionsartikel 1, dann der Vorschlag zu Artikel 13a und Artikel 42. Das sind drei Artikel, in denen klipp und klar drinsteht, wir wollen wechseln von dem reinen Empfehlungscharakter zum Rechtsverbindlichkeitscharakter. Und dann kann man noch die gesamten Rahmenbedingungen, Umstände hinzunehmen. UNO-Generalversammlung, 20. September 2023, Abschlusserklärung, wir wollen, dass das rechtsverbindlich wird. Und im Übrigen darf diese Impfzögerlichkeit, Vaccine-Hesitancy, das ist eines der allergrößten Probleme, das müssen wir in den Griff bekommen. Und wir müssen auch die Informationen in den Griff bekommen. Kurzum, es wird mit einem Satz gesagt, die WHO, die soll mehr Macht bekommen und einen willkürenähnlichen Ermessensspielraum, sowohl was die Gefahrenbeurteilung anbelangt, wann dürfen wir einen Gesundheitsnotstand ausrufen, als auch was die angeblichen Lösungen anbelangt. Und wenn wir das in den Zusammenhang der letzten vier Jahre oder drei Jahre stellen, also Corona-Management, dann können wir nur erwarten, dass wir früher Gesundheitsnotstand haben werden, länger Gesundheitsnotstand haben werden und eben extremere Maßnahmen. Und das alles ganz, ganz explizit soll darauf hinauslaufen, der Menschheit diese Impfsubstanzen auf ausschließlich mRNA-Technologiebasis aufzuzwingen. Da gibt es keine Auswahl, die einem zur Verfügung gestellt wird. Oder möchtet ihr vielleicht lieber Vitamin D nehmen oder euch vielleicht gesundheitlich will. Das alles fällt weg. Kurzum, das ist ein Willkürregime, das hier aufgezogen werden soll. Und mein persönlicher Beitrag, ich versuche ihn zu leisten, einerseits mit Aufklärung, ich versuche Politikern zu helfen und werde auch im rechtlichen Bereich einiges versuchen, dazu beizusteuern, damit das nicht zustande kommt. Vielleicht können Sie das Mikrofon gleich an den Nebensitz, den Herrn Kranz, weitergeben. Herr Uwe Kranz, Sie sind ja sehr viel beschäftigt gewesen mit organisierter Kriminalität. Und wenn wir jetzt sehen, dass eine mRNA-Injektion den Menschen massenhaft aufgezwungen wurde, die nachweislich nicht das gehalten hat, was sie versprochen hat, im Gegenteil sogar enormen Schaden angerichtet hat. Und wenn wir in die Zukunft schauen, was hier für uns vorbereitet und geplant wird, Stichwort WHO oder vielleicht auch andere globale Institutionen, wie würden Sie denn die Lage 2024 beurteilen? Wo sitzt denn das wahre organisierte Verbrechen? Also ich bin meiner Profession treu geblieben. Ich bekämpfe immer noch das organisierte Verbrechen. Die haben nur weiße Kittel an jetzt, keine weißen Kragen mehr. Im Prinzip ist das das gleiche Geschäft. Was hier abläuft, ist eine kriminelle Lobbyorganisation, was die WHO darstellt. Das ist ja noch nicht einmal von mir erfunden worden, sondern von der Frankfurter Rundschau. Und auch nicht erst jetzt, sondern schon 2019. Und das Chatham-Haus hat ja schon vor 10, 15 Jahren festgestellt, dass die WHO eine lahme Behörde ist, die eigentlich zunächst taugt, eigentlich nur zum Einstellen taugt und eine Lobbyorganisation ist, die stark kriminellen Charakter hat und dass sie absolut überbesetzt ist und ich glaube 30 Prozent des ganzen Budgets geht in Personalkosten auf. Aber dieser Laden ist eigentlich nicht führbar. Und er ist auch nicht geeignet, das wahrzunehmen, was er bisher wahrgenommen hat. War alles suboptimal, um es mal freundlich zu formulieren. Die haben 20 Jahre Mist gebaut. 20 Jahre Mist gebaut, ob das SARS-1 war, ob das jetzt die Vogelgrippe war, ob es die Schweinegrippe war. Aber egal, was in den letzten 20 Jahren gelaufen ist, die WHO hat es versiebt und versemmelt. Und dann haben sie sich hingestellt und haben den neuen Vertrag gebastelt und haben als erstes reingeschrieben, weil die Staaten der Weltgemeinschaft versagt hat in der WHO, müssen wir jetzt mehr Rechte haben und mehr Geld haben und müssen unser Budget von 7 Milliarden auf 50 Milliarden aufstocken und das müssen die Staaten bezahlen. Also es ist sowas von Hanebüchen. Da wird der Bock nicht nur zum Gärtner gemacht, da bestimmt der Gärtner den Bock und den Gärtner. Es ist also abenteuerlich. Und wenn man das noch hinzunimmt, was Philipp gerade eben gesagt hat, diese Allmacht, diese Allmachtfunktion des Generaldirektors, das ist abenteuerlich. Dieser Mann hat eine Wahnsinns-Lebensgeschichte hinter sich. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass er aus einem urkommunistischen Gewaltregime kommt, wo er über 30 Jahre die Funktion eines Gesundheits- und Außenministers innegehabt hat und mit Sicherheit an vielen, vielen dieser Morde mitverantwortlich war. Und dann wird so ein Mann plötzlich an die Spitze einer Weltgesundheitsorganisation katapultiert und tut Dinge, die also unverständlich sind. Für mich ist eins wichtig. Der 27. Januar in 14 Tagen, das ist der erste Lackmustest. Am 27. Januar muss die WHO den Mitgliedstaaten die Papiere liefern, damit über die abgestimmt werden kann in der 77. Generalversammlung. Immerhin müssen vier Monate vor, müssen die den Staaten vorliegen. Das sowohl die IGV, ist nicht fertig. Sie sind immer noch am Arbeiten. Sie arbeiten immer noch insgeheim. Die Working Group IHR hat noch nie öffentlich getagt, sondern immer nur hinter verschlossenen Türen. Und das aktuelle Papier IGV kennt keiner. Wir wissen, das sind die gefährlicheren Dinge. Der Vertrag, über den können wir noch lächeln und können sagen, da können wir noch ratifizieren, da kann man noch rumfummeln, da kann man noch was ändern. Das Gefährlichste ist tatsächlich die IGV. Denn die gibt ein Waffenarsenal an die WHO, das unglaublich war. Es werden Weisungen erteilt. Die sind nicht einklagbar. Dagegen gibt es keine Rechenschaft, keine Rechtsmöglichkeiten, keine Einspruchsmöglichkeiten, kein Gericht, nichts. Das ist absolutistisch, was hier abgeht. Und das ist für mich ein Unding. Und am 27. Januar müsste eigentlich die WHO den Mitgliedstaaten die fertige Vertragsentwurf im Pandemic Treaty und das fertige IGV-Papier vorlegen. Aber die Working Group hat ja schon gesagt, wir haben 307 Einsprüche. Das schaffen wir nicht. Dann sagt der Generaldirektor, das ist egal. Wenn ihr nicht fertig werdet, dieses Papier ist nicht bindend. Dieser Vertragszusatz, das die vier Monate vorher vorlegen müssen, ist nur Binnengeschäft zwischen Regierung und WHO. Nicht mit der Working Group. Das ist auch schon wieder abenteuerlich. Die wollen letztendlich die Weltgemeinschaft mit einem fertigen Papier, das sie dann aus dem Hut zaubern, plötzlich, zack, drei Wochen, vier Wochen vorher hinlegen. Und dann sagen sie, friss oder stirb. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und dagegen müssen wir vorgehen. Jetzt übernimmt die WHO sozusagen das Kommando und der Herr Tedros muss sich mit niemandem mehr abstimmen. Ich denke aber, er wird sich mit einer Institution abstimmen und das ist das World Economic Forum, das in Davos zusammenkommt und wo auch gewisse Szenarien für die Zukunft beschrieben werden. Wir haben beim World Economic Forum genau die gleiche Agenda wie bei der WHO. Es geht um Klima, es geht um Gesundheit, es geht um Wirtschaft, um Geldsysteme, um Digitalisierung. Herr Schöning, vielleicht können Sie uns dazu was sagen. Die Weltgesundheitsorganisation hatte einen eigenen Programmpunkt zur Krankheit X. Die Krankheit X, man soll sich darauf einstellen, auf die Krankheit X, die dann 20 Mal mehr Todesopfer fordern könnte als das Coronavirus. Ja, das ist tatsächlich eine richtige Information. Am 17. Januar 2024 wird der Weltgesundheitsdirektor, der WHO-Direktor, eine kleine Veranstaltung machen. Die Krankheit X wird dort besprochen, 20 Mal mehr Tote als bei Corona. Worum handelt es sich? Tatsächlich wird das Nächste vorbereitet, und ich fasse es einfach zusammen, Bakterien-Terror. Also nicht diesmal mit Viren, so ein Narrativ, sondern mit Bakterien. Und Bakterien können tatsächlich töten. Sie sind auch viel gefährlicher. Und das ganz Wichtige ist, dass tatsächlich kriminelle Vereinigungen das Gegenmittel gegen solch eine Pandemie mit Bakterien, solch eine bakterielle Bedrohung im Weltmaßstab, dass diese Produktionskapazitäten für das Gegenmittel hochgefahren werden. Wir haben also hier das gleiche ähnliche Muster wie bei dem SARS-CoV-2-Virus, angeblich kein Schnupfen-Virus, sondern ein Killer-Virus. Und Impfungen werden halt hochgefahren in den Produktionskapazitäten. Davor hatte ich ja auch gewarnt, dass es passieren wird. Es ist leider so passiert. Und jetzt ist eben nachweisbar und auch abgedruckt zum Glück, dass halt tatsächlich mit Bakterien etwas Neues geplant wird, und zwar im Weltmaßstab. Und das kann tatsächlich von dem, was sie dort verwenden können, 20 Mal mehr Tote in auch tatsächlichen Zahlen produzieren als bei Corona. Im Zentrum des Verbrechens steht die Produktionsfirma National Resilience. Und wer ist da ein Direktor? Einer der Direktoren kommt direkt von der CIA, vom Geheimdienst der USA, Christopher Darby. Also wer möchte bitte halt in seinem Körper etwas haben von der CIA? Und diese ganzen Fakten sind halt eben dargelegt. Und so Stück für Stück wird es eben vorbereitet in Übungen, so wie es auch bei Antrags hatten, noch bei Corona. Event 201 kennt viele, Dark Winter kennt viele. Und für den Bakterienteller, gibt es da auch eine Simulation? Ja. 2020 ist es auch vorbereitet worden. Da hieß es dann, Bakterien aus der Arktis, also vom Nord- bzw. Südpol, kommen her und machen das Ganze. Klar muss ich sagen, es gibt viele Szenarien, wie sie es ausbreiten können. Entweder halt unabsichtlich, also aufgetaute Bakterien vom Pol oder halt absichtlich, vielleicht durch eine grüne Terrorgruppe, die die Weltbevölkerung reduzieren will. Das ist nicht so erheblich. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, in den letzten Jahrzehnten sind Biowaffen wirklich halt hochgezüchtet worden. Wie wir das mit dem Bakterium Bacillus anthracis, also die Krankheit Anthrax, erlebt haben 2001. Diesen Kriminalfall hatte ich aufgedeckt. Schön, dass wir auch endlich auch mal einen Kriminalisten auch hier mit vorne an der Front haben. Und ich kann nur sagen, es ist wie Corona 2.0. Nur etwa 20 Mal stärker, was geplant ist. Und das passt zu dem, was jetzt halt im Januar 2024 der WHO-Direktor dort auf dem World Economic Forum vorstellen wird. Vielleicht können Sie das Mikrofon gleich weitergeben an Ihren Sitznachbarn, den Herrn Wisniewski. Herr Gerhard Wisniewski, Sie sind ja jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren die Lage beobachtet, der mit Aufdeckerrecherchen und Büchern immer wieder Dinge an die Oberfläche gebracht hat, wo sie hätten vielleicht nicht sein sollen. Können Sie vielleicht versuchen, eine Gesamtübersicht für das kommende Jahr zu machen? Was glauben Sie denn, in welcher Phase des Totalabriss Europas befinden wir uns denn gegenwärtig? Ja, also ich fürchte, wir sind da schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Denn was wir sehen, das ist ja nur die Spitze des Eisberges. In den Schubladen, da liegen dicke Pakete von Plänen und Dokumenten, wo schon viel mehr drin steht, wo es schon viel weiter geht, als wir uns überhaupt vorstellen können. Was mir bisher auch so ein bisschen gefehlt hat, wir haben jetzt nur über Gesundheit geredet und die WHO. Also gut, was heißt nur? Das ist ja ein zentraler Punkt. Aber ich schreibe ja schon seit vielen Jahren, hier wird ein hybrider Krieg gegen die gesamte Menschheit geführt, und zwar auf allen Ebenen, nicht nur gesundheitlich, sondern auch psychologisch, emotional, also in Bezug auf Bildung. Die Bildung wird zerstört, die Psyche der Menschen wird zerstört, die Geschlechtertrennung wird zerstört. Und es werden sämtliche Lebensgrundlagen vernichtet. Warum gehen jetzt die Bauern auf die Straße und warum weisen sie uns jetzt auch noch explizit darauf hin? Hey, es geht hier um euer Essen, Leute. Wenn wir nicht mehr da sind, gibt es nichts mehr auf dem Tisch. Es wird auf allen Ebenen ein hybrider Krieg gegen die Menschheit geführt. Der ist im vollen Gange. Und wenn wir hier den Fokus hatten auf WHO und Gesundheit, ist das trotzdem gleichwohl, obwohl es eingeschränkt war bisher, sehr verdienstvoll, weil man einfach sieht, was allein auf diesem Gebiet schon hier läuft, was hier geplant wird. Wie man versucht, die Menschheit zu zerstören, wie man versucht, sie zu kontrollieren und so weiter. Und das ist klar, ein Krieg gegen die Menschheit, also gegen weite Teile der Menschheit, speziell Europa, USA, die westliche Zivilisation. Und die wird hier radikal vernichtet. Und es wird sehr bald ums nackte Überleben gehen, meiner Meinung nach, weil es wurden bereits wirtschaftliche Negativspiralen gestartet, und zwar mit der Corona-Krise spätestens, die sie nicht mehr gebremst kriegen. Wenn sie zwei Jahre, sage ich jetzt mal, oder anderthalb, die gesamte Wirtschaft, den Einzelhandel zusperren, das kriegen sie nicht mehr ausgebremst, die Insolvenzenwelle, die da in Gang gesetzt wird. Nein, wir sehen im Gegenteil, dass dieser Kreisel immer mehr angepeitscht wird. Viele kennen ja noch den Kinderkreisel, den man mit einer Schnur angepeitscht hat. Und das wird immer weiter angepeitscht durch Inflation und andere Dinge. Die Geschwindigkeit dieser Todesspirale, sage ich mal. Und das ist ein Gesamtgeschehen, in dem, jetzt wiederhole ich mich, die Gesundheit eine Rolle spielt. Und das hört sich jetzt nicht nach einer guten Prognose an, aber man muss natürlich sehen, man kann sich oder andere nur behandeln, wenn man eine Diagnose stellt. Und es nützt mir ein Krebsarzt, der mir irgendwie Sand in die Augen streut, über meinen gesundheitlichen Zustand, der nützt mir auch nichts, sondern ich muss leider eine Bestandsaufnahme machen. Aber trotzdem gibt es auch gute Zeichen. Zum Beispiel habe ich heute oder gestern gelesen, also dass man bei dem World Economic Forum befürchtet, die Medien könnten die Kontrolle über die öffentliche Meinung verlieren. Ja, was heißt das denn? Das heißt ja erstmal, aha, die Medien haben also die Kontrolle über die öffentliche Meinung. Ja, interessant. Das hat man eigentlich noch nie so deutlich zugegeben. Und das Zweite ist, die zweite positive Nachricht oder die zweite Erkenntnis, immerhin, sie kriegen jetzt Angst, dass sie die Kontrolle verlieren könnten. Und das ist ein Verdienst unter anderem von Auf1 und vielen anderen auch. Und deswegen sitzen wir hier, damit sie die Kontrolle verlieren, endlich. Damit sie aufhören mit dieser Herrschaft, weil die psychologische Beherrschung der Menschheit, das ist eigentlich das zentrale Problem aus meiner Sicht. Und da müssen wir auch 2024 heftig daran arbeiten. Sie haben es angesprochen, die Bauern, die sich jetzt ja bewegen, die jetzt auf die Straße gehen. Und diese Entwicklung ist ja über die Geldtasche gegangen. Weil die Bauern waren ja verhältnismäßig ruhig im Corona-Ausnahmezustand und wo es ja auch viele schon gedrückt hat. Aber wenn es jetzt um die Förderungen geht, wenn es um die nackte Existenz geht, wie Sie sagen, dann kommen die in Bewegung. Und jetzt vielleicht noch an Sie gereicht, wenn es um die Wirtschaft geht, dann ist ja die Befürchtung des Systems da, dass dann plötzlich breiteste Bevölkerungsschichten zu rebellieren beginnen. Können wir erwarten, dass es wirtschaftlich weitere Verwerfungen geben wird? Oder ist da alles im Butter? Nein, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass das Finanzsystem jetzt an einem Punkt geraten ist, wo es mit konventionellen Möglichkeiten nicht mehr korrigiert werden kann. Konventionelle Möglichkeiten heißt, dass man so ein bisschen Steuern erhöht, ein bisschen irgendwie hier oder da was noch spielt oder ein bisschen was zurückzahlt. Das geht nicht mehr. Wer sich die Verschuldungskurve der USA, der offiziellen oder veröffentlichten US-Schulden anschaut, der sieht eine Exponentialkurve in der Senkrechten. Und so eine Senkrechte ist nicht lange durchhaltbar, weil alleine bei dem jetzigen Zinsniveau können die USA den Zinsdienst gar nicht mehr richtig erbringen. Der würde ungefähr 1,5 Billionen Dollar pro Jahr verschlingen. Wer soll das aufbringen? Das will auch gar keiner. Und das ist eigentlich jetzt das Spannende an der Sache. Das will gar keiner. Wir haben eine Situation, wo das Finanzsystem jetzt neu justiert werden muss. Da findet eigentlich der Reset statt, von dem der Klaus Schwab immer spricht. Und dieser Reset, der soll einfach so vonstatten gehen, dass die derzeit Herrschenden nachher auch noch wieder herrschen wollen. Und dieser Kontrollverlust, der spiegelt sich überall wieder. Und man sucht eigentlich fieberhaft nach Möglichkeiten, die Menschen unter eine diktatorische Kontrolle zu zwingen. Egal mit welcher Begründung. Man hat das versucht, mit der Corona-Pandemie eine Gesundheitsdiktatur zu errichten. Man versucht, über das Klima eine Klimadiktatur zu errichten. Und wenn beides von den Menschen nicht ausreichend mitgetragen wird, dann bleibt zu drittens noch der Weltkrieg, um eine Militärdiktatur, Martial Law, wie man das im Englischen so schön sagt, zu errichten. Und ich fürchte, dass auch diese Option im Moment sehr stark hochgezogen wird. Wir sehen die Krisenherde im Mittleren Osten. Das in der Ukraine ist Gott sei Dank so gut wie vorbei. Aber in Taiwan seit gestern ist schon wieder der nächste Krisenherd ganz eklatant hochgekocht worden mit einem Kandidaten, der sehr US-genehm ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und was wir jetzt demnächst möglicherweise erleben dürfen, ist, dass wir wenige Wochen vor größeren Korrekturen an den Aktienmärkten stehen, weil die Märkte keine Märkte mehr sind. Aber es einen Trick gibt, wie man das Zinsniveau herunter manipulieren kann. Nämlich, indem man Ärger verbreitet und die Menschen in die sogenannten oder vermeintlich sicheren Anleihen zurückfliehen. Und damit kann man das Zinsniveau wieder künstlich herunterschrauben. Das ist aber nur eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die Federal Reserve, die sozusagen der Dirigent hinter solchen Aktionen in der Regel ist, dass sie nicht in den Wahlkampf einschreiten wollen oder sollen oder dass das sozusagen ein Gentleman's Agreement unter Ganoven ist, dass man das nicht tut. Und damit müssten sie eigentlich im ersten Quartal, spätestens Anfang des zweiten Quartals, mit einer solchen Aktion starten. Denn sie müssen die Schäden, die eine solche wirtschaftliche oder eine solche Börsenturbulenz ausstellt. Die müssen sie irgendwie wieder mit Geld heilen, damit es bis zur Wahl die Leute wieder so einigermaßen zufriedengestellt sind. Aber, und das sehen wir jetzt an den Bauernprotesten, die ja eigentlich eine flächendeckende Mittelstandsprotest in Deutschland geworden ist. Wir sehen es aber auch an den Protesten in Frankreich. Ich meine, in Frankreich sind wir seit Jahren im Grunde im Bürgerkrieg, ohne dass die Medien es berichten oder dass die, sagen wir mal, die staatsfinanzierten Medien es berichten. Und das ist leider der größte Teil inklusive der scheinbar privaten, ja, stiftungsnahen Medien oder wie auch immer man die nennen soll. Wir haben eigentlich eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung und wir haben mittlerweile unheimlich viele handwerkliche Fehler bei den Tätern, um das mal so zu sagen. Und das führt jetzt dazu, dass tatsächlich der Kontrollverlust von diesen gefürchtet wird und sie immer unkontrollierter um sich schlagen. Und je unkontrollierter sie um sich schlagen, desto größer wächst der Widerstand. Und wir haben nicht mehr ein Monopol. Und das ist das ganz, nicht nur Interessante, sondern das Positive. Deswegen wird es zu einem positiven Ausgang jetzt kommen, was viele jetzt noch gar nicht so abschätzen können. Wir sehen, dass die BRIC-Staaten militärisch überlegen sind, dem Kreis dieser Täter. Wir sehen, dass die BRIC-Staaten ökonomisch überlegen sind. Sie sitzen auf den großen Rohstoffvorkommen, die für alles benötigt werden. Sie sind aber auch technologisch in einzelnen Bereichen deutlich überlegen. Und sie haben sich mittlerweile formiert, die BRIC-Staaten. Und sie spielen nicht mit. Und wenn es eine Fluchtmöglichkeit gibt, dann ist auch für die Menschen, die es vielleicht auch, weil sie auf eins sehen und diese Medien konsumieren, erkennen, dann gibt es eine Fluchtmöglichkeit. Und wenn es eine Fluchtmöglichkeit gibt, dann ist schon die halbe Miete für das Positive getan. Denn dann lässt sich vieles nicht mehr umsetzen. Die DDR musste eine Mauer errichten, um die Leute gefangen zu halten. Das ist heute in dieser Größenordnung nicht mehr möglich. Und ich denke, dass wir jetzt in Kürze sehen werden, dass man mit den BRIC-Staaten verhandeln muss, weil beispielsweise die NATO, wenn beispielsweise die NATO in der Ukraine scheitert und sich weitgehend verausgabt hat, wenn sie zusätzlich die Konflikte im Mittleren Osten, die dummerweise jetzt parallel dazugekommen sind, wenn ich zusätzlich auch noch beherrschen kann, da möglicherweise sogar einige Unfälle passieren, wie das zum Beispiel die glorreiche US-Marine da etwas schwächeres Bild abliefert, als man so hofft. Und wenn dann vielleicht zusätzlich auch noch in China, in der Straße von Taiwan, einige Konflikte auftreten, die dann dieses militärische Imperium völlig überstrapazieren und die Welt erkennt, die Mafia hat ja eigentlich gar keine Leute mehr. Und so stark sind die ja nicht. Und die Knarre ist ja gar nicht mehr geladen, die die in der Hand halten. Dann wird es lustig. Und ich glaube, das ist das, was 2024, vielleicht spätestens 2025 prägen wird, was aber 2024 voraussichtlich schon abschätzbar wird, wie das ganze Spiel ausgeht. Und ich freue mich eigentlich daraus, weil solche Zeiten sind eigentlich die größten Chancen, die man im Leben hat. Es gibt nicht nur Krisen. Krise und Chance ist immer gleich gemacht. Wir sind Leute und auch diejenigen, die auf eins lesen, auf eins hören und sehen, Gott sei Dank die Leute, die noch aktiv sind im Leben, geistig zumindest. Und auf diese Leute wartet die Welt. Die Leute, die satt sind, die nicht mehr wollen, die nicht mehr können, das sind die Leute, die abtreten. Und insofern ist mehr zu tun, als jemals zuvor in der Geschichte, von weniger Leuten, als jemals bereit waren, etwas zu tun. Und das bedeutet für jeden Einzelnen eigentlich grandiose Chancen. Wir müssen sie nur ergreifen. Das war aus der Sicht des Wirtschafts, das ist natürlich eine wunderbare Analyse dessen, dass wir große Chancen haben. Und ich möchte jetzt in dieser zweiten Runde auch alle hier bitten, etwas dazu zu sagen, nämlich die Fragestellung lautet an alle, mehr oder weniger gleich. Welche Chancen haben wir? Was wird jeder von Ihnen tun in diesem Jahr? Und was, denken Sie, sind die wichtigsten Themen, was auf uns zukommen wird? Starten wir mit Heiko Schöning, der sich hier schon gemeldet hat. Ja, genau. Sie sagten, dass Krisen Chancen sind. Das ist grundsätzlich richtig. Aber ich muss ganz klar sagen, ich freue mich nicht darauf, auf die Krise. Denn wer werden die Verlierer sein? Wer sind die Opfer? Das sind die kleinen Leute. Ja, genauso wie in den 20er, 30er Jahren dabei. Ganz viele Menschen werden unheimlich leiden, insbesondere die Kinder. Ich freue mich nicht darauf. Ich möchte es verhindern. Und ich möchte es mit Ihnen allen zusammen verhindern durch Aufklärung. Ja, und dafür sind wir hier angetreten. Deswegen, nein, das ist keine Freude. Es ist eine Pflicht. Und ich denke, das Jahr 2024 ist auch das Jahr der Pflicht. Ja, und vielleicht auch der Gesundheit. Dann denken wir doch mal an die armen Bundeswehr-Generäle. Was müssen die eigentlich leiden? Da wird Nord Stream gesprengt, eine Energieleitung in der Äquivalenz von 80 Atomkraftwerken oder 200.000 Windkrafträdern. Und was machen diese feigen Bundeswehr-Generäle? Nichts. Was machen die feigen Polizeipräsidenten? Nichts. 80 Atomkraftwerke, 200.000 Windkrafträder. Nein. Und deswegen, das ist ja auch als Arzt, kann ich sagen, da etwas, was nicht gesund ist, diesen Widerspruch auszuhalten. Und hier, wir hatten heute ja ein schön neues Empfang, sind ja viel mehr gesunde, offene Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Und ich denke, das ist wirklich etwas Positives, dass man diesem organisierten Verbrechen in die Augen schaut, dass man weiß, was geplant ist, auch mit dem Bakterienterror. Wir haben die Chance, es zu verhindern durch Aufklärung. Und das ist gut. Aber die größte Gefahr, die ich sehe für 2024, ist es, dass wir sozusagen vom Regen in die Traufe kommen, vom einen politischen System ins nächste. Von sozusagen hier am Rot-Grün zu Schwarz-Blau. Denn der nächste Kanzler ist doch schon in Stellung gebracht worden. Friedrich Merz, vom oligarchischen Konzern Blackrock. Friedrich Merz soll der nächste Kanzler werden. Und da muss man sich doch fragen, mit welchem Koalitionspartner wird dann Friedrich Merz von der CDU, von Blackrock eigentlich, entweder von den Grünen oder von der AfD. Und deswegen müssen wir ganz klar sehen, was tun wir hier eigentlich. Und da kann ich nur verwarnen, dass man sich entspannt und sagt, hurra, wir haben eine politische Wende, wenn sie dann halt zum Konservativen geht, und dass wir dann einen Kanzler Merz bekommen, mit Hilfe von anderen Parteien. Das darf nicht sein. Wir, die Menschen, müssen es machen. Weil diese Krise, die Sie ja richtig angesprochen haben, die kommt. Da werden die Kinder, die Armen, die kleinen Leute am meisten darunter leiden. Und das ist dann keine Cocktailrunde mehr. Das ist wirklich ernst. Und wie kommen sie da hin? Wir haben es bei Corona erlebt. Sie kommen, sie werden nicht sagen, es ist eine Finanzkrise. Sie werden sagen, es ist eine Gesundheitskrise. Und die nächste Gesundheitskrise ist in Vorbereitung. Das ist das Angriff auf das Mikrobiom. Das ist dieser Bakterienterror. Das ist genauso ähnlich da. Es ist abgedruckt. Wir haben in diesem Jahr 2024 die Chance, gemeinsam das aufzudecken. Ich denke, um den Ball nochmal zurückzuspielen, es war vermutlich die Aussicht auf das, was am Ende für uns herausschauen könnte, dass dieser Weg dazwischen unglaublich hart wird und dass es natürlich zu Verwerfungen kommen wird und zu Leiden in großem Ausmaß. Ich denke, das ist unserer Runde und den Zusehern auch klar. Aber ich möchte gerne nochmal das Wort Herrn Hamer zurückverweisen. Ja, niemand freut sich darauf, auf eine Krise. Aber es ist besser, wenn irgendwann die Entscheidungsschlacht stattfindet, als wenn sich ein permanenter Terror immer fortführt. Ja, und wir haben jetzt in den Jahren gehabt, das immer schleichend, immer weiter, immer nachgebohrt wird. Es wurde das Gesundheitssystem eigentlich erst zerschreddert, jetzt dazu genutzt, um darauf eine Diktatur zu machen, eigentlich gegen die Menschen aus gesundheitlicher Sache, ohnehin gegen die Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Gleiche haben wir in der Bildung gemacht. Die Bildung wurde aufgelöst, die Familien werden aufgelöst. Es wird auf allen Ebenen geschossen. Und warum? Weil eine derzeit noch an der Macht stehende Elite fürchtet, ihre Macht verlieren zu können und sie versucht damit, die Bürger runterzuhalten. Das ist ganz normale Lagerinsassentaktik, also Taktik, um ein Lager zu beherrschen. Das machen die, weil sie sind nur wenige. Und da ist es besser, wenn es dann zum Aufstand irgendwann kommt und die Lagerinsassen, also wir alle, merken, Moment, das sind ja nur ein paar Hanseln da oben. Und vor denen hatten wir jetzt die ganze Zeit Angst. Davor hatten wir Angst? Ja, natürlich ist es nicht schön. Natürlich werden die auch schießen. die Lagerinsassen, solange sie noch können. Aber sie können dann eine Revolte gar nicht aufhören. Dafür sind es viel zu wenige. Und das sehen wir jetzt. Wir sehen in Davos, dass sie so ein bisschen, oder wir werden in Davos sehen, es hat ja noch nicht angefangen, dass ihr Arsenal so ein bisschen erschöpft ist, mindestens aber ihr personelles Arsenal erschöpft ist. Und die Figuren, die bislang immer ihren Quatsch durchgezogen haben, wie ein Baerbock und Habeck und wie sie alle heißen, dass die also weltweit die Inbegriffe für Lächerlichkeit sind, geworden sind. Und damit beginnt eigentlich schon der Abstieg, der Sicherabstieg. In der Ukraine, in den Mittleren Osten sehen wir jetzt, dass auch die militärische Stärke der USA, die eigentlich immer massiv befürchtet war, jeder hatte wahnsinnige Angst, dafür irgendetwas zu machen, ökonomisch, sagen wir mal, die USA rauszulassen, weil sonst der große militärische Terror käme. Und was sehen die Leute dort? Es passiert nicht viel. So, da ist nicht viel, da ist viel aufgepustert, viel gemacht und dann am Ende steht gar nicht so viel da. Sicherlich, das ist natürlich für die da unten ein schreckliches, wirklich eine schreckliche Sache, was da unten passiert. Hunderttausende Menschen werden abgeschlachtet. Es ist irrsinnig, was dort passiert. Ja, es ist sehr, sehr schlimm. Aber hinter jedem Gewitter geht es dann auch wieder weiter und wer dann den Kopf in den Sand steckt, nur in den Sand steckt und sich nur über die Ungerechtigkeit der Welt beschwert, der wird am Ende nicht, der wird danach nicht die Kraft hat und nicht die Ideen haben, etwas Neues wieder anzufangen. Aber das brauchen wir. Wir brauchen permanent auch die positiven Leute, die bereit sind, etwas anzufangen. Sonst wäre auf eins ohne ihre persönliche positive Haltung, ohne dieses Engagement, was sie reinstecken, wäre auf eins überhaupt gar nicht entstanden und das braucht es einfach und das eigentlich egal in jeder Situation. Und zwar, wenn das positive, solche auch positive Stärke hat, wird es sich auch durchsetzen. Und das ist eigentlich die Botschaft. Freuen tut sich da keiner drüber. Aber es ist eben auch eine Chance. Herr Kranz, Sie wollten darauf etwas sagen. Ja, ganz kurz, vielleicht kurz, ich weiß es nicht. Vielleicht gleich verbunden mit einer Aussicht, was Ihr Schwerpunkt auch ist. Ich wollte gerade eben sagen, ich wollte die negative Aussicht von Heiko Schöning wirklich unterstreichen. Ich habe auch eine negative Sicht auf die nähere Zukunft. Es gibt aber ganz kleine Hoffnungsschimmer. Ich denke an die Ungarn, die UN-Generalversammlung und zum 26. September, die du eben erwähnt. Da ist diese Resolution eben nicht durchgegangen, weil sich elf Staaten dagegen ausgesprochen haben, in Beto eingelegt haben. Und dann musste der Vorsitzende, der Präsident Guterres, am Schluss eine Präsidentenerklärung abgeben, weil er wenigstens etwas dazu sagen wollte, bei der Stange bleiben wollte. Aber er hat es nicht als Resolution durchgekriegt, wegen der elf Renegarten. Das Zweite ist, in der letzten Sitzung der International, was war es noch, INB, die Intergovernmental Negotiating Body, dieser Arbeitsgruppe, die den neuen Vertrag herstellen, sollen, den Pandemievertrag. Bei dieser ersten, der letzten Sitzung haben sich jede Menge Staaten gemeldet und negative Kritik geübt. Es war die Gruppe der 47 afrikanischen Staaten, es war eine Gruppe von 29 Staaten, Equity-Staaten, die also Gleichheit herstellen wollten, weltweit, die ebenfalls dagegen gesprochen haben. Es war eine Gruppe von 40 NGO, die dagegen gesprochen haben. Es war eine kleine Gruppe, die aber ganz wichtig ist, die internationale Berufsvereinigung der Pharma-Produzenten und der Pharma-Lieferanten. Die haben gesagt sogar, also lieber kein Vertrag als diesen Short. Wir haben das Ding regelrecht in die Pfanne gehauen und haben gesagt, dieser Vertrag ist voll von unsäglichen, leeren Begriffen, von unklaren Rechtsbegriffen, von interpretationsfähigen Aussagen, die vorne und hinten nachher missbraucht werden können oder nicht missbraucht werden können. Aber so wie ich den Laden kenne, wird er missbraucht werden. Also wir haben Hoffnung darauf, dass die internationale Staatengemeinschaft korrigierend eingreifen will. Und es gibt einen zweiten Punkt, den man noch hinzunehmen muss. Es ist ja so, dass die Staaten im Mai entscheiden müssten über die beiden Papiere, die noch nicht fertig sind. Und ich bin mir sehr sicher, dass bis dahin viele, viele Staaten weiterhin das ablehnen werden. Vielleicht gleich an den Herrn Kruse weitergeben. Jetzt haben wir viel von den Staaten gesprochen. Sie sind aber weniger bei den Staaten unterwegs mit ihrer Aufklärungsarbeit, sondern bei der Bevölkerung, mit Demonstrationen, mit Informationsfilmen, mit Interviews. Glauben Sie denn, dass man die Menschen erreichen kann, damit sie in diesem Jahr auch ihr Bewusstsein erweitern, um gegen diese Ungerechtigkeit in diesem oder im nächsten Jahr oder wann auch immer aufzustehen? Mein persönlicher Eindruck ist, dass wir in einer Art Windstille jetzt uns befinden und davor stehen, dass sich der Wind dreht. Ich merke, dass die Zahl der Menschen, die sich dafür interessieren, sehr schnell zunimmt und dass auch Menschen dazu zählen, die bisher sich noch in gar keiner Weise für das gesamte Thema interessiert haben. Dann nehme ich auch wahr, dass sich die Qualität der Beweise, der Evidenz verdichtet, verdeutlicht, welche es eben auch der Öffentlichkeit ermöglicht, zu erkennen, was denn wirklich in den letzten vier Jahren abgelaufen ist. Und ein vernünftiger Mensch, der wehrt sich dagegen, auf die Dauer sich hinters Licht führen zu lassen und merkt, dass eben vielleicht doch die Regierungen massiv übertrieben haben mit ihren Maßnahmen und dass der Schädlichkeitsaspekt überwogen hat, sowohl in Bezug auf die Wirtschaft als vor allem in Bezug auf die Gesundheit. Es kennt jeder in jeder Familie mehrere, häufig mehrere leider, die mit ganz schweren oder empfindlichen Gesundheitseinbußen jetzt herumlaufen müssen und zufälligerweise sind das Menschen, die geimpft sind. Es gibt ganz wenige, die nicht geimpft sind und unter Long-Covid leiden. Das gibt es tatsächlich. Ich will das nicht leugnen. Aber rein quantitativ sind diese Menschen in der Minderheit. Und was ich persönlich hier unternehmen möchte, als Anwalt, ich will einfach meinen Beitrag zur Aufklärung leisten. Es sind einerseits die Menschen, die muss man direkt informieren und viel Geduld haben und von Stadt zu Stadt gehen. Aber es sind auch Politiker, die das Ganze umsetzen müssen. Und es gibt zunehmend Politiker, die das wirklich wollen, die jetzt auch langsam kalte Büsse bekommen. Viele Politiker auch, die jetzt in die Parlamente hineingehen erst und zum ersten Mal in ihrem Leben ein politisches Amt übernehmen. Denn die Zahl dieser Menschen steigt auch. Und last but not least, da kann ich jetzt nicht genauer werden, aber ich muss natürlich auch mit den Mitteln des Strafrechts arbeiten und eine Klärung erzwingen. Das heißt, noch mehr, noch deutlichere Evidenz, aber auch Verantwortung einfordern. Denn wenn Sie Behörden haben, die keinen anderen Zweck haben, als die Gesundheit der Menschen zu schützen vor den Risiken, die mit Pharmaprodukten verbunden sind, und diese Behörden machen genau das Gegenteil, Sie sorgen dafür, dass sämtliche Risiko-Elemente unter den Tisch gekehrt werden, dass die Bevölkerung davon nichts erfährt, sondern die Illusion verkauft bekommt, es handele sich um die besten Medikamente, die es in diesem Zusammenhang gegeben hat und sie seien Alternativus und, und, und. Dann macht eine Behörde das Gegenteil von dem, was Ihnen der Gesetzgeber vorgibt. Dann ist es nicht mehr nur ein Problem des Strafrechts. Dann haben wir auch ein Problem der Gewaltentrennung. Dann muss in der Schweiz zumindest, ist das die oberste Staatsgewalt und auch Kontrollbehörde das Parlament ans Ruder. Und dann haben wir von zwei Seiten einen unglaublichen Erklärungsdruck und Bereinigungsdruck, wenn man so möchte, eine gewisse Eskalation. Wir müssen auf eine Eskalation hinarbeiten. Je früher es zu einer Bereinigung kommt, die angestoßen wird in diesem Gesundheitsbereich, ich stimme allen Referenten zu, es ist nicht der einzige Bereich, der brennt und der in größter Schräglage ist, aber es ist der Bereich, der am reifsten aufgearbeitet ist und wo die Evidenz am deutlichsten auf dem Tisch liegt und hier müssen wir schieben, stoßen und ich sage jetzt wirklich im Begriff Eskalation bewusst eine gewisse Eskalation herbeiführen. Je länger wir damit warten, desto unangenehmer wird es mit eben Neuauflagen von Pandemien, die künstlich herbeigeführt wurden und die jetzt in der Pipeline drin stecken. Ich bin sehr froh, dass Heiko Schöning diese Aufklärungsarbeit diesbezüglich betreibt und das sollte uns anspornt sein, so schnell wie möglich zu einer Klärung und Verhinderung dieses ernächsten Verbrechens beizutragen. Herr Gantz, Sie wollten ganz kurz noch etwas sagen. Das war der Grund, weswegen wir zwei Strafanzeigen erstattet haben beim Generalbundesanwalt und zwei Verfassungsbeschwerden, weil tatsächlich bisher kaum einer aus der Juristerei etwas gemacht hat. Ich habe ja beim Symposium im Bundestag lästerlich gesagt, ja wo sind denn die vielen Juristen, warum muss ich als kleiner Polizist jetzt so eine Verfassungsbeschwerde schreiben und als kleiner Polizist so eine Anzeige schreiben wegen Hochverrats und wegen Verstoß gegen das Völkerstrafrecht. Das ist ein evidentes Beispiel. In der Symposium in Berlin hat einer nach dem anderen strafrechtlich relevante Fakten vorgetragen, aber keiner hatte eine Anzeige geschrieben. Gut, ich habe jetzt achtseitige Antwort vom Generalbundesanwalt bekommen auf die erste Strafanzeige, die kann ich mir in die Haare schmieren, diese wunderschöne juristische Ausarbeitung, aber nichts wert und wir sehen, was aus der zweiten wird. Vielleicht, Herr Kruse, noch ganz kurz eine, vielleicht kann man das ganz kurz in wenigen Sätzen sagen, wir wollen ja immer an ein Morgen denken und deswegen sitzen wir ja auch hier, also wenn wir sagen, es passieren jetzt furchtbare Dinge, dann sind wir ja grundsätzlich optimistisch, dass es am Ende, wie im deutschen Märchen, immer gut ausgeht und wir glauben, auch wenn ja die WHO-Vorschriften jetzt durchgehen werden im Mai, dann haben wir ja noch Möglichkeiten. Jetzt gibt es vielleicht politische Machtverschiebungen, der Herr Schöning glaubt nicht, dass die dieses Jahr stattfinden, aber vielleicht finden sie ja irgendwann einmal statt. Was haben denn die Völker für Möglichkeiten, da wieder rauszukommen oder ist der Laden dicht? Jeder Vertrag kann gekündigt werden und in diesem Zusammenhang ich persönlich vermute, dass diese zwei Vertragswerke zwar angenommen werden im Mai, jetzt dieses Jahr, aber die Samen sind gesetzt, die Öffentlichkeit hat verstanden, dass es hier ein Problem gibt und mehr und mehr Menschen werden sich darüber bewusst, wie gefährlich, wie brandgefährlich es ist. Es hat auch sehr viel mit Manipulationen zu tun. Die Menschen lassen sich nicht mehr länger gerne hinters Licht führen und was von dieser Organisation ausging, an Falschinformationen, an Fake News, das wird den Menschen jetzt langsam bewusst und wir haben Zeit, zunächst einmal geht es darum, eine starke Allianz der WHO-Verweigerung aufzubauen, Nein zu sagen zu diesen Verträgen. Das wird aber nur eine Zwischenstufe bleiben, denn sobald diese Bewegung konsequent weitergeht, wird man merken, Moment mal schnell, woher kam denn diese Pandemie, was war denn das eigentlich, da hätte man ja diese Forschung an diesen Substanzen verhindern müssen, man hätte die Substanzen, also die Forschung an Viren, hätte man, will ich sagen, kontrollieren müssen und in Bezug auf diese sogenannten mRNA-Substanzen, hätte man die regulatorischen Anforderungen nicht herabsetzen müssen, man hat nämlich, die WHO hat ganz massiv schon ab 2005 dafür gesorgt, dass diese mRNA-basierten sogenannten Gentherapien, sobald sie als Vakzine qualifiziert werden, erleichtert und privilegiert behandelt werden dürfen. Aber wir kommen aus der WHO heraus, im Notfall. Aus der WHO heraus, natürlich, daran führt kein Weg vorbei. Und ich gehe noch weiter, muss diese WHO, muss man zerteilen, muss sie vollständig, so etwas, eine Nachfolgerorganisation dürfte nur beratende Funktion haben. Know-how zur Verfügungsstellung, Organisation, darum geht es. Ich denke, dann werden gute Juristen und Polizeipräsidenten mit Mumm benötigt, die dann auch entsprechend vorgehen, denn es handelt sich vermutlich dann ja um einen Fall, der zumindest untersucht werden sollte, von internationaler Kumpanei, sagen wir mal so. Ich möchte jetzt das Wort weiter an den Herrn Steiner weitergeben, der sich schon vorhin zu Wort gemeldet hat, dass wir hier in der Runde weitermachen. Ja, was möchte ich noch sagen zu dieser Sache? Es klingt jetzt alles so ein bisschen negativ und trüb, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir eben halt noch nicht am Ende unseres Weges angekommen und dafür halte ich es für ganz besonders essentiell, diese Omnipräsent der Mainstream-Medien aufzulösen. Ich will das Wort zerschlagen nicht sagen, obwohl das wahrscheinlich das Korrektere wäre und dazu ist auf eins unter anderem ganz ein wesentlicher Punkt, denn egal, was wir alles tun, wenn wir nicht das kommunizieren können, was wir tun, wenn wir nicht ankommen bei den Menschen, ist alles sehr, sehr schwierig. Die Menschen sind manipuliert von den Mainstream-Medien und sie sind indoktriniert und die Kinder kleben sich nicht zufällig irgendwo hin, sondern deswegen, weil sie vom Bildungssystem, von den Schulen und von den Mainstream-Medien indoktriniert werden, wurden, worden sind. Und hier sind wir Eltern gefragt, unseren Teil beizutragen. Und was werde ich konkret tun in diesem Jahr 2024? Ich werde gemeinsam mit der Gruppe, mit dem unabhängigen wissenschaftlichen Beirat, wir werden drei konkrete Klimakatastrophen-Experimente von namhaften deutschen Universitätsprofessoren falsifizieren. Und was brauchen wir dann? Wir brauchen Medien, die diese Falsifikation kommunizieren und den Menschen diese Information transportieren. Zum einen. Zum zweiten, das Klimakatastrophen- Narrativ, Herr Magnet, das ist auf ganz, ganz, ganz dünnem Eis gebaut. Das ist quasi zerstört, das ist nicht hikbar und daher sind auch die Gesetze der EU, die darauf aufbauen und auch teilweise die Intention der WHU, die darauf aufbaut, nicht haltbar und nicht zu bestätigen. Aber wir müssen diese Informationen an die Menschen kommunizieren oder die Menschen transportieren. Und hier freue ich mich, hoffe ich, auf die Unterstützung von freien Medien und darüber hinaus eben dieses Auflösen dieses Monopols der Mainstream-Medien. Wobei, wie das geht, da bin ich nicht kompetent, dies zu beantworten, aber da freue ich mich schon auf eine Lösung. Aber ich weiß, die Lösung steht im Raum. Die Lösung ist insofern hier, wenn wir uns die Proteste der Landwirte ansehen, dann gibt es dort, ich habe das so sinnbildlich gesagt, das ist jetzt wie ein großer unbestellter Acker, um in der Landwirtschaftssprache zu bleiben. Hier gibt es ganz viele Landwirte, die wollen verstehen, was hier passiert, die wollen endlich wissen, was hier geschieht und sie wissen, dass alles das, was ihnen an Symptomen jetzt entgegenkommt, ja eine tiefere Ursache hat, tiefer im Boden steckt und die kann man jetzt abholen. Ich habe ja schon Anregungen gegeben, dass auch die Aufklärungsbewegung insgesamt sich jetzt mit den Bauernprotesten zusammenschließen könnte, um den Horizont zu erweitern. Auch dieses gesamte Klimanarrativ wird dort mehrheitlich nicht geglaubt. Wir haben das gesehen, die haben ganz bewusst den Trecker laufen gelassen, um zu sagen, ja, wenn ein paar Klimakleber kommen, dann sollen sie sich daran ergötzen. Also hier wird, man sieht, dass hier Dinge aufbrechen. Und ich glaube, dass diese Zeit des Zerschlagens, des Monopols, der Systemmedien gekommen ist. Die Menschen suchen aktiv nach neuen Informationen und wir versuchen mit Fachleuten wie Ihnen natürlich Informationen aus jedem Bereich zu geben. Ich darf noch mal den Herrn Wisniewski bitten, vielleicht eine Aussicht, wie es ausgehen könnte. Wir waren ja unterschiedlich hier, es könnte sich politisch was ändern, es wird sich nichts ändern, der tiefe Staat hat uns fest im Griff oder es gibt Hoffnung auf einen Aufstand der Anständigen im positiven Sinne nicht wieder politisch besetzt. Was glauben Sie, was 2024 auf uns zukommt? Tja, das ist eine sehr schwierige Frage, also ich kann da nicht übermäßig viele Hoffnungen machen, weil selbst die Revolution ist schon geplant, möglicherweise, schon einkalkuliert, liegt in den Schubladen. Es gab mal so einen Fall in Italien, das war Anfang der 90er Jahre, glaube ich, da nahm also das Mafia-Unwesen überhand und die Korruption überhand, das Volk hatte die Nase total voll und es plötzlich gab es eine große Volksbewegung, die hieß Manipulite, also die Bewegung der sauberen Hände und alle waren also ganz euphorisch und dann wurde eine neue Partei gegründet, ruckzuck, die hieß Forza Italia, Vorwärts Italien und die hat also in kürzester Zeit Tausende von Büros eröffnet in ganz Italien, wie auch immer sie das gemacht hat, also jedenfalls Generalstabsmäßig und am Ende war der Ministerpräsident Berlusconi im Amt, ein guter Freund der vorhergehenden Mafia-Präsidenten, also wie André Otti und so weiter und also ich denke, da gibt es schon Plan B, C und D auch schon in den Schubladen und man versucht auf jeden Fall die Kontrolle zu behalten, indem man das dann kanalisiert, indem man diese Energien auffängt und wiederum lenkt, in bestimmte Kanäle lenkt, Schleusentore öffnet, andere schließt und so weiter, dass das schön wieder in den Schoß der Machteliten hineinfließt. Das ist das eigentlich Schwierige. Das ist das eigentlich Schwierige, diesem zu entkommen, diesem System der geplanten Entwicklungen, die schon in den Schubladen liegen und dann, selbst wenn es jetzt so etwas geben würde, wie eine staatliche Auflösung, eine Revolution oder sonst was, wo ist denn das Alternativangebot, wer entscheidet denn jetzt, wer die Macht übernimmt. Auch das ist schon längst geplant, auch die stehen aber schon bereit, die dann diese strahlenden Helden, die vor unseren Augen dann auf den Ministersesseln landen werden, zum Beispiel einer neuen Regierung. Das ist jetzt mal die negative Prognose, ich will das nur sagen, weil damit muss man also rechnen, dass so vorgegangen wird. und unsere Chance ist tatsächlich die Macht dieser Medien aufzulösen und die Macht der Medienkontrolle und einfach diese psychologische Kriegsführung beenden zu können, denn das ist davon geht ganz viel aus von der psychologischen Macht über die Menschen. Vielleicht noch mal dem Herrn Schöning ganz kurz das Mikro zu geben, bevor ich hoffentlich zu einem positiven Schlusswort von der Maria komme. Herr Schöning, wie könnte es denn gehen, wenn es über Wahlen jetzt 2024, 2025 nicht funktioniert? Wie könnte es denn funktionieren, dass die Menschen zu einer positiven, zu einem Better-Normal, wie Sie das ja immer wieder geschrieben und gesagt haben, kommen? Wir müssen einfach erkennen, dass wir die gar nicht brauchen. Diese Oligarchen, Oligarchen gibt es nicht nur in Russland, sondern auch bei uns und überall. diese Oligarchen, die brauchen uns gar nicht, wir sie. Wir müssen das erkennen. Und die Lösung muss von den Menschen selber kommen. Ich habe das in meinem ersten Buch auch dargelegt, die Lösung heißt Wirkraft. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern von Rudolf Diesel, der Erfinder des Dieselmotors. Der hat ein Buch geschrieben, der ist ermordet worden, das Buch war 100 Jahre verschollen, wir haben es wieder ausgegraben, Wirkraft. Bei wirkraft.net kann man sich das anschauen, nur ganz kurz. Da gibt es eine Lösung, wie man friedlich, ohne Politiker, ohne Manager, ohne Gewerkschaften auch auskommen kann. Das ist möglich. Wie man das politisch macht, es gibt kein perfektes System, aber man kann so eine Balance of Power, also so einen Ausgleich schaffen. Und da ist ein Punkt, dass wir nicht nur wählen, sondern auch losen, also auch das Zufallsprinzip drin haben. Und da gibt es vieles, was man machen kann. Es gibt ein schönes Buch eines belgischen Historikers, das heißt Gegen Wahlen. Und das ist sogar im Bundestag vor über zehn Jahren vorgestellt worden, bei der SPD. Ich war sogar mit dort als Gast, habe das gesehen, gegen Wahlen, Losen und Wahlen. So kann man das zum Beispiel schaffen und machen. Das ist was Positives. Und insgesamt sehe ich einfach für 2024 nach dem alten Motto, sind die Verbrecher bekannt, dann haben sie ausgespielt. Keiner will mal wie Dr. Josef Mengele, dem vertraut keiner. Oder El Capone, da wissen wir, die vertrauen wir nicht. Und wenn jetzt auch die Leute wissen, hey, was bereitet ihr vor, was mit Bakterien und was wollt ihr, ihr wollt uns Antibiotika verkaufen und Probiotika, hey, das nehmen wir nicht. So wie bei Affenpocken, Tedros hat gesagt, Affenpocken, Epidemie weltweit und wir haben gelacht. Warum? Weil ein kleines Kind gesagt hat, gibt es denn hier so viele Affen? Eben nicht. Und da bin ich ganz positiv, dass wir das gemeinsam schaffen, auch gerade mit unabhängigen Medien. Und als Schluss kann ich nur sagen, das Beste, was mir an Auf1 gefällt, ist das U, das Unabhängig. Und so soll es bleiben. Dr. Hubner-Mock, hoffentlich mit einem sehr positiven Schlussappell in dieser Runde, weil damit machen wir Schluss. Ich danke für alle Wortmeldungen, Einschätzungen. Wir wissen, dass es ein spannendes, vielleicht auch heftiges, vielleicht auch intensives Jahr werden wird. Was kann man zum Abschluss noch sagen? Also ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt ein paar Minuten brauche. Ich habe jetzt wirklich begonnen und am Ende komme ich dann zum Zug wieder, was mich sehr freut, weil ich möchte wirklich positiv und zwar extrem positiv schließen. Und es hat sich jetzt eben aufgrund des Events so ergeben, dass ich jetzt hier als einzige Frau, als Vertreterin sitze und alle, die mich kennen bei Gott, ich bin keine Kampfemanze. Aber diese Gesprächsrunde hätte auch noch ein bisschen mehr Frauen vertragen, denn ich denke, es ist schon auch besonders in der Rolle der Mütter und ich möchte jetzt auch als Mutter sprechen, genau das. Es ist diese Kraft, wo Mütter in Extremsituationen, um das Leben ihres Kindes zu retten, da gibt es genug anekdotische Beispiele, aber Löwenkräfte, und das meine ich auch so entwickeln. Und ich möchte an alle da draußen appellieren, erstens einmal, wir müssen aber fürchterlich aufpassen, dass wir, wenn es die Berichterstattung durch euch großartige, unabhängige Medien gibt, eines nicht tun und das ist der Fehler, dass wir dann nämlich die Angst und Panik auf einer anderen Ebene, in dem wir zwar aufklären wollen, aber das dann doch so mitkommt, dass Menschen, die jetzt wirklich schwere Jahre hinter sich haben, sagen, um Gottes Willen, wenn das jetzt auch noch kommt, da kann ich jetzt wirklich nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man aber den Menschen sagen, wir wissen, dass wir in einem Marathon sind, es ist kein Sprint und man darf sich auch dazwischen einmal ausruhen und ausrasten und ich glaube, was es nämlich wirklich draußen braucht in der Bevölkerung, das sind Menschen, die verstehen, dass man nicht, auch hier nicht, mit jedem und allem einer Meinung sein muss, aber wir müssen den, und ich rede nicht einmal mehr vom kleinsten gemeinsamen Nenner, weil der wird ja auch immer größer, einen gemeinsamen Nenner finden. Das heißt nicht, dass man mit jedem Nachbarn auf ein Bier gehen muss, dass man sich mit jedem Eltern im Elternverein irgendwie mit den Eltern, mit den Elternteilen vertragen muss. Es geht auch nicht darum, dass wir hier jetzt einfach nur glauben, wenn wir bloß zusammenhalten, ist alles gut. Es geht darum, dass es ein Weg ist und es gibt einen Grund, warum wir jetzt in dieser Zeit leben und ich glaube, wenn wir auf das hören, dieses, was man Calling nennt, dieses sich berufen fühlen, die, die hier sitzen, zeigen sich seit langer Zeit, dass es da draußen Menschen gibt, die bestärkt durch Beispiele wie uns jetzt auch sagen, jetzt ist ein Breaking Point, ein Punkt erreicht, das ist genau das, wo ich jetzt auch, ich kann jetzt nicht mehr, ich halte nicht mehr zurück mit meiner Meinung, ich gehe jetzt auch raus. Das sind die Menschen, die sich jetzt Protesten anschließen, die vor zwei Jahren und vor einem Jahr noch nicht einmal daran gedacht hätten, irgendwie auch nur Fieps zu sagen. Und ich muss es auch sagen, es gibt Methoden und das ist nämlich wichtig, sein Immunsystem zu stärken. Das heißt, komme, was wolle und bei Gott, es gibt Biolabs und die können einmal, hat der Philipp kurz angesprochen, schon einmal in erster Instanz verboten. Wir wissen aber auch, dass Menschen, die hinter solchen Biolabs und der Forschung Gain-of-Function zum Beispiel stecken, Anthony Fauci, dem steht das Wasser bis hier mittlerweile. Der hat schon in mehreren Hearings, von denen wir natürlich im österreichischen Mainstream nichts hören, auch zugeben müssen, Masken waren tatsächlich für nichts. Das ist er jetzt erst vor kurzem gesagt. Und genau dieser Anthony Fauci, aber auch viele andere mit ihm, die haben keine Glaubwürdigkeit mehr. Und es haben auch Expertinnen aus dem Staatsfunk, da rudern sie ein bisschen zurück, weil sie jetzt irgendwie schon wissen, hoppla, das war dann doch nicht so, wie wir es da vertönt haben. Und es ist genug da an auch wirklich ganzheitlicher Medizin. Und da spreche ich auch in die Richtung, dass das bedeutet, dass es wirklich viele Methoden gibt und auch Menschen zu helfen, dass da auch ganz vieles entwickelt wird. Und vor allem die Menschen da draußen dürfen wissen, man kann sich mit Methoden auch selbst beibringen, wie kann ich mich stärken, wie kann ich diese Sympathikus-Aktivität, wenn ich im permanenten Stress bin, wie kann ich auch wieder in die Parasympathikus-Aktivität mehr kommen, wie kann mein Immunsystem optimal funktionieren. Und jetzt komme ich genau zu dem Aspekt, der natürlich mitunter dadurch, dass wir Dinge hören, wo wir sagen, das könnte knackig werden, wir müssen wieder, wir müssen wirklich visionär sein und wir müssen visualisieren erlernen. Und es ist, der Gedanke, ist dieser Samen für die Tat. und in diesem Aspekt, das Denken, Fühlen und Handeln immer mehr bei jedem Einzelnen, bei den Aufwachenden vor allem, zum Wohle für sich selbst, für seine Lieben, aber auch für die Mitmenschen ausgerichtet wird, schaffen wir das. Und jetzt kommt genau der Punkt, warum ich das jetzt so betone, warum ich weiß, dass es gut werden wird. Das ist der Aspekt, die andere Seite, der Uwe sieht es ein bisschen negativ, aber die andere Seite hat genug personelle Ressourcen, die andere Seite hat genug Geld. Aber die andere Seite unterschätzt, und das möge nicht falsch und kitschig und plump verstanden werden, die Kraft der Liebe. Und ich glaube, dass auch ein Bill Gates viel zu wenig lieb gehabt worden ist als Kind. Und dieses, wo die Empathie da ist, wo Menschen sagen, junge YouTuber, junge Blogger in TikTok-Videos sagen, die sind bei den Bauerprotesten auf der Straße gegangen, haben noch nichts am Hut gehabt mit Demos in ihrem ganzen Leben, und die hat das so berührt, da sagt so ein junger 16-Jähriger auf TikTok, dem sind die Tränen runtergekommen, und er weiß eigentlich gar nicht, warum. Und das ist es, das ist dieses sich spüren, sich selber spüren, aber auch in einer Empathie spüren, dass es Zeit ist, was zu tun. Und ich bin 100% überzeugt, dass wir nicht auf einen Arzt, auf einen Anwalt, auf einen Aufklärer warten müssen. Wir brauchen nicht auf den einen Anführer warten. Wir können jeder Führer für uns und unser eigenes Leben sein. Und es ist schön, wenn es Leuchttürme gibt, wo wir uns orientieren können. Und es ist wirklich das Wichtigste, wir schaffen es, und wir könnten alle ab jetzt beginnen, uns jeden Tag zu visualisieren, wie können wir es schaffen, wir werden es schaffen. Und wo kann ich sagen, wenn mir die Kraft ein bisschen einmal so weniger wird, wo kann ich mich wieder neu aufladen? Danke an Auf1, und wir schaffen das alle gemeinsam. Danke, Maria, für dieses wunderbare Schlusswort, dieses positive Schlusswort, die es geschafft hat, wirklich hier unsere Prognosen und Diskussionen in ein positives Einmünden zu lassen. Es ist, glaube ich, auch für Sie, Werden zu sehr, ein schöner Jahresvorsatz. Einen Jahresvorsatz setzen wir uns selbst in die Verantwortung, werden wir zu übernehmen, wie die Führung in unserem Leben, in unserem Einflussbereich. Bei Auf1 heißt es von Anfang an Zeit zum Aufwachen. Und ich bin überzeugt, aus persönlicher Erfahrung, in Gesprächen mit hunderten Menschen, dass wer einmal aufgewacht ist, nicht mehr zurück kann in das alte Normal, in das alte Geglaubte, sondern er ist aufgewacht, er muss hinterfragen, er kann gar nicht mehr anders. Und mit immer mehr Menschen, die aufwachen und 2024 werden es immer mehr Menschen sein, kann es aus meiner Sicht nur positiv weitergehen. Dazwischen wird es ruppig, dazwischen wird es hart, seien wir darauf gefasst, aber bleiben wir stets positiv. Ich danke an meine Gesprächspartner, die so spontan im Zuge unseres Neujahrsempfangs hier in München sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, die Zuschauer werden froh darüber sein, denn dabei sein konnte man sich ja nur, wenn man eines der wenigen Tickets ergattert hatte. Und wir haben Einblicke gegeben und im nächsten Jahr treffen wir uns wieder beim Neujahrsempfang und wir machen in dem Stile so weiter. Bis zum nächsten Mal bei AufEins.